hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge Empyrean Galactic Survival mit dem Failjack in der Alpha 12 mit CPU und Gewicht. Ja, wir sind hier in dem Alien-Rom-Schiff von den Polaris. Ja, wir haben uns in der letzten Folge hier durchgekämpft, sind jetzt an dem Pult angekommen. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir machen dann hier weiter mit dem Quest, was das auch immer ist. Ja, wir starten jetzt. Mission Day 500, Log Entry 197, wir haben etwas gefunden. 500 Tage suchen, bla bla bla, 500 Tage ist aus. Ich lasse das mal so durchlaufen, ich lasse das jetzt nicht alles vor. Ich versuche mal da durchzusteigen. Ja, die sind auf jeden Fall 500 Tage rumgeflogen, haben nichts gefunden und bla bla. Ja, ich gehe jetzt langsam kaputt. Ich habe immer noch diesen Outparasie, glaube ich. Ja. Wir werden jetzt mal skippen, die Reports, egal. Der Legacy, please help. Das ist im Shutdown. Ja, sechs Minuten noch. Da ist ein Teleporter. Oha. Sollen wir uns echt hier raus teleportieren? Oh, hallo. Kleine opthronische Brücke. Da kommen wir ja auch nicht ran, oder? In den Kern? Ne, kommen wir so nicht ran. Sollen wir da echt jetzt eine Sprengleitung für haben, oder was? Ne, geht nicht kaputt. Kommen wir nicht ran in den Kern. Wollen wir den Teleporter mal benutzen? Weiß nicht. Ich weiß nicht, meine Lieben, ob ich den Teleporter benutzen soll. Ans Wi-Fi kommen wir auch nicht. Oder haben wir hier irgendwie was? Ich komme ja nicht ans... Ich habe es gerade noch gesagt, ich komme noch nicht ans Wi-Fi ran. Was ist eigentlich... Ah! Lol. Jetzt habe ich auch eine Wunde. Haha! Tolle Wurst, äh. Ich kann nichts machen, äh. Ja, benutze ich ihn, aber benutze ich ihn nicht. Ich weiß es nicht. Ah, komm, scheiß drauf. Der ist aus. Der ist aus, der Teleporter. Okay. An den Kern kommen wir auch nicht ran. Keine Ahnung. Meine Lieben. Der hier noch. Eisenerz. Toll. Kann ich mir auch einen Keks verkaufen. Hier sind noch ein paar Pflanzen. Können wir sehr gut gebrauchen. Und sonst ist hier auch nichts, oder? Eine geile Waffe, hätte ich mir gewünscht. Ja, versuchen wir mal ganz schnell hier rauszukommen wieder. Boah, wie Hops gehen. Und den ganzen Weg wir jetzt zurück müssen. Und finish. Ja. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. So, ach, mein Nase juckt. Moment. Ach so. Jetzt zurück. Hier wieder hoch. Hier wieder rein. Hier rein. Hier zurück. Ja, wir wissen wohl, der Kern ist, aber nützt es uns, wie gesagt, nix. Ohne eine Sprengleitung, denke ich mal. Keine Chance. Aber hier müssen noch irgendwo Viecher sein. Und den nochmal abchecken. Hier ist ja sonst nix. Filzkeim. Oh, ich kann ja nicht abbauen, ne? Kann man auch nicht ran. Waren wir dran? Keine Ahnung, Leute. Na. Hier ist auch nix. Was ist doch hier? So. Dann noch einer. Sind die alle weggekommen? Ach, hier oben. Was war's dann auch irgendwie, ne? Na. Roboter sind die auch noch irgendwo? Die haben wir alle, ne? Weiter nach oben ging's nicht, ne? Na, ein Stück noch, so. Sind auf jeden Fall noch irgendwo noch Viecher. Gleich tot. Nicht langsam hier rauskommen. Ne, hier. Na. Lass mich raus. Ich will raus hier. Ich hab Angst für nach meiner Mama. So. Ich bin hier draußen. Ich muss schnell heilen. Ach, gehalt. Uh. Der war knapp. Der war knapp, mein Lieben. Was reinkottern. Lecker Schinken. Und hier noch Waffeln. Ach, wie hat geheilt, ey. Puh. Da haben wir echt sauer gehabt, Leute. Da haben wir echt sauer gehabt. Der Rest. Schmal so eine Kiste. Dann noch Magen-Tabletten. Hans Doktor, hab ich ausgemacht. Schön. So. Ja. Haben wir das auch geschafft. Ohne Duschen hier. Ja, ja, ja. So. Und wir werden jetzt. Warte mal. Können ja eigentlich mal gucken. Wir können doch bestimmt. Wir werden jetzt erstmal einen großen Konstruktor bauen. Dafür brauchen wir ein bisschen Platz hier drinnen. Wir werden jetzt langsam mal das Schiff mal ein bisschen hübsch machen, wa? Ich werde jetzt hier mal ein bisschen was abbauen. Tut mir leid. Für den Erbauer. Oh, fuck. Oh, fuck. Na, egal. Na, hätte ich gleich. Na, muss ich da einen anderen Mann nehmen? Was? Oh. War schon wieder voll? So. Ähm. Ne, gar nicht wahr. Wart mal. Wollen wir mal hier rein? Ach, das geht jetzt nicht, ne? Ach, da habe ich auch noch einen Block. Ne, hier muss ich auf, so. Lalalala. 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 Ja, so. Ähm. Wenn er fertig ist, müsste er ja hier drin auftauchen, oder? Hm. Da ist er doch. T. Wischen rum hier. Soll ich das schon im Kreativ gemacht? So, seht ihr? Dann haben wir nämlich den großen Konstruktor. O2 müssen wir dann woanders hinstellen. Können wir auch hier hinstellen. Stellen wir O2 hier hin. Äh, Kartenstation. Oh, natürlich auch noch. Können wir die hier hin? So. Jetzt sind wir bei 148.000. Genau, lassen wir mal schauen. Oh, Container-Control-Element. Latch 1. Was ist denn Latch 1? Die hier. Latch 3. Latch 2. Ne, dann machen wir das auf Latch 2. So, genau. Jetzt brauchen wir das hier. Das hier. Ah, haben keine Matts. Ach. Ja, ich soll vielleicht auch das nehmen. Äh, wir haben noch nichts geskillt für Small Vessel, ne? Scheiße. So, ähm. Kleines Raumschiff. Wir haben hauptsächlich jetzt erstmal Deine, nehmen wir die mal. Die brauchen wir unbedingt. Nehmen wir die auch gleich mit. Also reicht das erstmal, denke ich. Okay. Schild, Rampen, Paketenwerfer und so weiter und so weiter. Anzugstation. Können auch mitnehmen. So sieht das schon gut aus. Haben wir hier noch was? Nein. Waffen. Sprengleidung. Scharfschützengewehr. Hier zwei. Oh, ist das Raumschiff. Hier zwei Tank. Wollen wir nicht. Den können wir noch nehmen. Raketenwerfer. Laser. Raketenwerfer. Hier Erz. Gedöns. Ja, da kommen wir immer noch nicht ran. Ein Polarisierungsschild. Ja, komm hier. Nehmen wir den noch. Ja. Nach und nach. Kriegen wir jetzt hier sowieso alles. Anger Tor. Nehmen wir den so. Dann haben wir das alles. Ähm. Kleines Raumschiff. So. Ähm. Wir brauchen M, ne? M-Düsen. Wie viele? Das ist eine gute Frage. Höhenpolarisierungsschild. Ähm. Ich brauche noch was anderes. U-Erweiterung. Zugstation. Ähm. Ich muss noch mit dem Schiff irgendwie andocken können. Das heißt, was muss ich denn bauen? Muss ich dann auch eine Kerne erst für bauen? Bauen wir einfach einen Kern. Oder bauen wir mal fünf. Fünf Kerne mal. So. Ich denke mal, die Mats habe ich noch, oder? Und dann werden wir mal sechs Schubdüsen bauen. Ähm. Ja, und dann lasst du ihn erstmal da. Und wir fliegen mal zu dem kleinen Schiff. Wir sind jetzt hier erfolgreich abgeschlossen. So. Da ist unser Small Wessel. Das wird mir ja hier hingebracht. Warte mal. Müssen wir. Oh. Ne, komme ich jetzt nicht so. Warte mal. So. Mal ein bisschen ausrichten hier. Oha. Mal auf. Ne. Nochmal ausrichten. Helm wieder auf. Hast du den falsch gedrückt? Oh. Na. Okay, ich bin schon irgendwie dran. So, lass ich's mal. So, lassen wir das mal. Äh. Ach so, den Kunststoff, den müssen wir noch abbauen. So, ist der weg? Ja, Pflanzenbete kommen wir zum anderen Schiff. Wir müssen jetzt nicht abbauen. So, hier haben wir ein paar Kerne. Wie schwer sind wir? 2,39. Ach, ein Truster. Ein Truster nur? Warum nur ein Truster? Hab ich so wenig Mats? Ach du Kacke. Ähm. Wie kann ich den andocken? Mit einer Andockplatte, oder? Ja, aber gibt es doch gar nicht. Oder bin ich doof? Gibt nur den eigentlich, den Polarisierungsschild. Brauch den mal einfach. Wir können's ja. Und wir brauchen Blöcke, ne? Brauchen wir 200 Blöcke. Ja, nur ein Truster. Das ist natürlich so wenig, ne? Wenn ich den irgendwie andocken könnte. Aber ich glaube, das geht erst, wenn ich einen anderen Kern gesetzt habe. Das ist meine Vermutung. Das ist einfach meine Vermutung. Also, machen wir den hier mal rein. Helm hab ich auf. So, das nach unten, das ist jetzt schon nicht schlecht. Unten raus und so, aber wäre doch lieber, wenn man nach oben oder so rauskommt. Okay, das sieht jetzt bescheuert aus. Aber ich musste den mal kurz dicht machen. Werde jetzt. den Kern rauskicken hier. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber ich kann mir nicht erklären, warum ich den nicht andocken kann. Wahrscheinlich, weil das nicht mein Kern ist. So. Ah, siehst du? Deswegen kann ich nicht andocken. Wusste ich's doch. Hat doch was mit dem Kern zu tun. Okay, jetzt ist er angedockt oder nicht? Wir brauchen hier echt mal eine Seitentür oder sowas, ne? Der Fahrstuhl, das ist nicht schlecht. Für den Planet ist das okay, aber fürs All ist das ein Kampf hier immer rein und raus. Also, mein Lieber, wenn du das siehst, dein Schiff, du brauchst eine Tür. So. Jawohl, er ist drauf, ne? Genau. Ja. Schön. Basis. Da. Ich werde jetzt erstmal Richtung unsere Basis fliegen. Und dann werden wir unseren ganzen Stuff erstmal einladen. Und ich glaube, ich baue die Basis auch ab. Ich baue, ich demontiere das alles. Die brauchen wir sowieso nicht mehr. Da können wir... Ja, obwohl... Ja, wenn du einen Teleporter dahin baust... Auch nicht so gut. Ne, dann musst du wieder... Ich glaube, den musst du beschützen. Ich weiß nicht, ob die Xerax ihn angreifen. Dann werden wir einen Teleporter dahin bauen. Ich habe gerade keinen Sprit mit. So, sind gleich da. Dann nur noch rein hier. Der Bergbasis haben wir auch noch. Matz, ne? Ne, Matz weiß ich nicht, aber haben wir Sachen stehen noch, ne? Und jetzt gehen wir runter. Straight nach unten. Attacke! Ich komme! Oha, Leck. Leck. Du bist auf die Basis selber, aber ich glaube, die elektronischen Sachen werde ich alle wegmontieren. Ich muss noch was richten hier. Oh, 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 oh. Sollten wir doch auf dem Dach parken, aber näher. Oha, was ist denn hier los? Was ist denn hier so hakelig? Mensch, was hakt denn der hier so? Ja, komm, stell ich mal nur die hin. Macht er irgendwie nicht. Warum läuft der so langsam? Alter, hat der Anzug jetzt so scheißmäßig. Ja, ja. So, ne, wir wollen einmal Blätter offen hier. So. Ich überlege. Ne, ich glaube, hier drunter geht das nicht, aber wir können hier drunter, hier können wir Waffen, die Waffen drunter hauen. Die von der Basis, die Geschütze. Das heißt, wenn wir mit dem Schiff landen, ne, dass, dass wir Verteidigung haben. Hier zum Beispiel an der Ecke, da können wir eine drunter hauen, dass wir planetare Verteidigung haben. Daumen geht es mir. Der Lame. Und ob wir den Hofer mitnehmen? Gute Frage. So. Ähm. Ja, ich würde sagen, wir fangen an zu transferieren erstmal. Basis. 35.000. Zack. Missionskiste. Haben wir hier auch. Zack. Alles da rein. Erstmal. Kühlschrank. Kühlschrank. Rein. Kühlschrank. Rein. So. Dann haben wir alles raus hier, ne? Äh. Ja. Ja, ich bin schon voll. Nein. Falsch. Was ist mit dir? Das ist nicht so schwer. Dein Ernst? Dein Ernst? Dein scheiß fucking Ernst? Ich muss wieder zurück machen. Wie kann ich denn jetzt den Konstruktor aufheben? Gar nicht? So. Ja. Das greifen die auch nur an hier, weißt du? Hier halt nen Heckenpenner. Totentransporter. Totentransporter. Der ist so hartnäckig. Der ist so hartnäckig. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Double 3 war der schon. Double 3 war der schon. Oh, ein bisschen Sprit. Kann man auch nicht haben, ne? Das Raumschiff feuert immer noch so heftig. Ich soll mal die Trifekleih ausmachen. Ich pack alles ein. Hm? Oh. So. weg. Meins. 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 Auch meins. Einzugstation. Warum ist der so lahm, ey? Ja brutal, wie lahm der jetzt ist, ne? Hier, mein Bett. Mein Bett will ich auch haben. Hier, Tür, Tür. Treppe kannst du behalten. Schützen wir auch mit. Werden wir jetzt gleich unter das Schiff hauen. Dann müssen wir mal drüben hinfliegen gleich. So, wir wollen jetzt erstmal ne Verteidigung hier. Die gehen doch hier drunter oder nicht? Oder nicht? Oder wie? Hä? Geht nicht? Da ist extra Geschütze für die Basis. Ah shit, die sind nur für die Basis. Okay. Egal. Hätte ich sie ja verschotten können. Dann müssen wir halt welche bauen. Auch nicht so schlimm. Oh. Achso, ich bin da. Ich wollte gerade sagen, wieso bewege ich mich so komisch, ey? Hä? Ja, ja. Ich bin auch in der Drohne drin gewesen. Ich voll honke. Hä? Achso. Die sammelt man so ein. Hopp. Auf mit dir. Ach, der braucht erst ähm... Der braucht Füße erst, ne? Sonst kriege ich den nicht angedockt, oder? Kann das sein. Ich glaub, der braucht Füße. Siehste, da hab ich auch noch nicht weiter gebaut. Ähm... Lass mal hier rein. Anders der, ja. So. Ähm... Wir können mal hier ein paar dicht machen. Außer wir können hier mal ausmachen. Ich komm jetzt nicht ran. Und der braucht noch einen Fuß, ja. Irgendwie. Ach, ich kann das so anders, mein Mensch. Was mach ich denn hier? Power aus. Wenn er angedockt ist, ist ja okay, ne? Ja, der braucht auf jeden Fall noch einen anderen Fuß, einen anderen Kufer. Den hier verbaut. Halbe Blöcke. Die Dinger hat er verbaut. Und umgedreht. Viertel verbaut. Echt? Aber da kann man doch gar nichts da rausstellen, oder? Doch. Ach, ne. Quatsch. Doch. Vielleicht kann man Sachen rausstellen. Andersrum könnte man keine stellen. Aber doppelt gemoppelt, oder? Ich weiß nicht. So. Erstmal den Boden hier wieder machen. Na. Oh, du Fummelarsch. Komm hier. Ach, komm ich auch nicht ran. Was ist denn hier los? Der Anzug ist echt brutal, ne? Ja. Ja, ich weiß, muss ich mit der Drohne ran? Nein, nicht dahin. Erstmal hier so halbwegs dicht mal, Leute. So. Mein Gott. Wir sind schon längst an einem Folgen angelangt. Ja. Nächste Folge werden wir hier noch ein bisschen das Raumspiel reparieren, dass das erstmal luftdicht ist und so weiter. Ähm. Dann kommt hier noch ein Fuß drunter. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit ich das so hinbekomme. Ja. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. Morgen wieder. Ähm. Ja. Lass mir mal ein Like da. Daumen nach oben. Support ist kein Mord. Und ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und dann sehen wir uns dann in einer weiteren Folge wieder. Wir sehen uns z awake bis nächstes mal. Tschüss!